Musik Ich arbeite mit dem Luxamed, weil ich optimale Therapieergebnisse mit wenigen Behandlungen erreichen möchte. Dafür habe ich 20 Jahre recherchiert und bin glücklicherweise auf diese Therapieform gestoßen, weil wir damit in der Lage sind, schon in der ersten Behandlung signifikante und zwar auch spürbare Verbesserungen bei fast allen Beschwerden zu erzielen. Das Therapiegerät Luxamed behandelt die Ursache. Egal, welche Beschwerden wir haben, ob dramatische Wirbelsäulenbeschwerden bis hin zum Bandscheibenvorfall, Migräne, Burnout oder Gelenkschmerzen, wir wissen aus der heutigen Medizin und Wissenschaft, es hat eine gemeinsame Ursache, nämlich ein Energiemangel, ein Energiedefizit besteht im jeweiligen Organ. Die Zelle kann ihre Funktion nicht mehr ausüben, sie kann ihre Schlacken nicht mehr entsorgen, die Säuren bleiben im Gewebe und wir wissen ja, Säuren greifen den Gelenkknorpel an und schädigen vor allem Gelenke. Nun gilt es, diesen Energiemangel schnellstens zu beheben und mit dem Luxamid führen wir physikalisch messbare Energie zu. Die Zelle hat wieder die Kraft und die physikale Energie, Säuren zu entsorgen und vor allem das jeweilige Organ und das Gelenk zu regenerieren und zu therapieren. Und das funktioniert vor allem in der Praxis, deswegen bin ich begeistert von dieser Therapieform. Also das Luxamed hat den Vorteil, dass es universell ansetzt. Das heißt, dass wir fast alle Beschwerden damit behandeln können, vornehmlich Entzündungen im Gelenk- und Wirbelsäulenbereich. Aber wenn man sich vorstellt, dass wir Energie zuführen, und zwar die Energie, mit der die Zelle am optimalsten arbeiten kann, dann haben wir ein breites Indikationsspektrum. Ich bin seit Jahren energetisch total ausgelaugt und sehr erschöpft. Und das ist eine Colitis ulcerose, ist eben diagnostiziert worden und hatte immer Blut im Stuhl und Durchfälle und sehr viele Infekte dabei. Also ich hatte in der Früh schon wahnsinnig Schwierigkeiten, richtig in Gang zu kommen, aufzustehen. Und ja, also wenn ich dann ein bisschen was geleistet habe, war ich wieder ausgelaugt, musste mich ein bisschen ausruhen und hinlegen. Und ja, immer diese Schwere im Körper, total schwer. Wenn ich einen Arm hoch habe, war ich manchmal so erschöpft oder nur vom Bett bis zum Klo teilweise. Ich habe ein bisschen Müller erfahren, dass er sehr gut ist, die Visitenkarte bekommen, dass er spezialisiert ist, auch auf Ernährung und auf solche Sachen, auch auf den ganzen Körper energetisch wieder aufzufüllen. Und dann, auch mit den Verspannungen, die Migräne ausgelöst haben, dass er mir da sehr gut weiterhelfen kann. Und dann dieses Spitzengerät Luxamed hat mir dann noch geholfen, nach sechs Behandlungen, dass ich symptomfrei wurde. Dass die Durchfälle sind weg, das Blut ist nicht mehr zu sehen, die Migräne hat sich aufgelöst und die Verspannungen sind weg. Und die Erschöpfungszustände sind auch so gut wie weg, also ich habe fast keine Beschwerden mehr, in die Gänge zu kommen. Das hält jetzt so ein paar Monate an, bis fast zum halben Jahr. Ist es stabil, dass ich da in meiner Kraft bin und wieder meine Power spüre? Also ich habe es teilweise in der Behandlung schon gespürt, wie der Körper sich von unten energetisch richtig auffüllt, wie das pulsiert, wie das warm wird. Und ja, die Migräne, die Kopfschmerzen, hat sich teilweise dann erst danach aufgelöst. Also es ging nicht sofort weg, aber dann innerhalb der nächsten Stunden bis zum nächsten Morgen. Grüß Sie, Herr Meier. Herr Meier, Herr Meier, Müller. Geht es Ihnen gut soweit? Mir geht es gut. Na super, dann kommen Sie doch bitte rüber. Ja. Was hat sich denn mit der ersten Behandlung bei Ihnen verändert? Also bei mir hat sich verändert, dass ich in der Hüfte und in den Knie... Die Ausgangsposition war, dass ich mit meiner Hüfte und mit meinem Sprunggelenk und mit dem Knie, also sozusagen das ganze Bein, immer Probleme hatte, wenn ich zu viel Sport gemacht habe. Und ja, da musste ich lange pausieren. Ja, die Ausgangsposition war dann, man geht zum Orthopäden und man kriegt irgendwie Ibuprofen und irgendwie eine Kortisonspritze. Ja, und das ist aber auch nur eine kurzfristige Lösung, weil nach ein paar Wochen kommt es wieder. Ich kam dann halt zum Heilpraktiker Müller nach München. Und er hat mich mit diesem Luxamed behandelt. Und schon bei der ersten Behandlungssitzung habe ich deutliche, also auch Muskelentspannung gespürt. Auch den Schmerz, egal wo er war, ob er im Knie war, in der Hüfte, im Sprunggelenk, war deutlich weniger. Also ich würde sogar behaupten, dass 60 Prozent wieder hergestellt waren von der Funktionalität. Ich bin selber Physiotherapeut und habe da auch ein bisschen ein anderes Auge drauf. Und es hat mir sehr gut getan. Also das war so, ich habe die Praxis verlassen. Vorne steht mein Fahrrad. Ich konnte viel besser schon auch treten, ohne diesen Schmerz zu haben, den ich vorher hatte. Dann auch das Laufen ging wieder besser. Und vor allem auch das Treppensteigen ist bei solchen Geschichten auch immer ein Problem. Das ging dann eigentlich fast zu 90 Prozent wieder ganz gut. Okay, wenn ich mal eine blöde Bewegung gemacht habe, dann hat es wieder reingeschossen. Aber das war dann nur eine Sekundensache. Aber dann ging es wieder. Also ich habe jetzt Zeit, vier Monate habe ich Schmerzfreiheit. Ich kann wieder all meine Sportarten machen, die ich mache. Ich mache Capoeira, ich gehe Fußball spielen, ich gehe Joggen, viel Fahrrad fahren. Das kann ich jetzt machen, ohne größere Probleme. Also früher ging das gar nicht. Da musste ich immer Pause machen, musste ich Eis auflegen und so weiter oder vielleicht auch ganz pausieren. Also ich habe in der Vergangenheit Ultraschall, Friktionen, MTT ausprobiert, manuelle Therapie. Also alle wirklich sehr spezielle Behandlungsmethoden für alle Gelenke und alles Mögliche. Das hat nicht den Erfolg gehabt, den ich mir eigentlich gewünscht habe, weil ich war immer noch nicht schmerzfrei, konnte noch nicht trainieren. Und dann komme ich in die Praxis vom Herrn Müller, in die Heilpraktikerpraxis. Und dann wurde ich an dieses Gerät angeschlossen. Und schon nach der ersten Behandlung habe ich 60 Prozent deutlich gespürt, dass es mir besser geht. Und ich konnte auch wesentlich wieder mehr auch sportlich für mich tun. Also ich finde es phänomenal, dass das so schnell gegangen ist mit diesem Gerät, dass ich wirklich heute sagen kann, ich bin wieder belastbar, also voll belastbar und vor allem auch in relativ kurzer Zeit und muss nicht irgendwie drei, vier Monate sämtliche Therapien durchmachen, wo ich dann am Ende sowieso wieder das Gleiche weiß, ich stehe auf wackeligen Füßen. Also mein Ursprungsproblem ist bei mir eine absolute Verhärtung der Muskulatur. Absolut Verspannungen im Lendenwirbelbereich, auch eine chronische Entzündung vom Iliossakralgelenk und auch enorme Verspannungen im rechten Schulterbereich. Also ich spiele auch sehr viel Tennis. Das ist natürlich dann gerade bei so einer Verspannung nicht so arg der perfekte Sport, aber ich will auf jeden Fall weiterspielen und habe mir immer überlegt, wie machen das die Profis, die also wirklich stundenlang Höchstleistung bringen müssen, und am nächsten Tag schon wieder fit sind. Da muss es doch irgendwas geben. Und ich kannte die Heilpraxis Christian Müller schon von früher. Er hat mir mal sehr geholfen bei einer chronischen Nebenhöhlenvereiterung. Und da ist er mir wieder eingefallen. Da dachte ich mir, ich rufe ihn einfach mal an. Dann hat er mir eben gesagt, dass es jetzt dieses neue Gerät gibt, dieses Luxamed. Und das sollen wir einfach mal ausprobieren. Also ich hatte auch schon einen richtigen Leidensweg hinter mir. Ich weiß nicht, wie viele Massagen, manuelle Therapie, Fangroh-Packungen, dann auch Fitnessgeräte unter Anleitung vom Orthopäden. Das war auch alles soweit ganz okay. Ich konnte immer so einen gewissen Level halten. Aber es war jetzt nie so, dass ich sage, Mensch, das ist perfekt. Also allein vom Lendenwirbelbereich her war es für mich wirklich ein Problem, mich allein zu bücken. Und wenn ich dann mal länger was bückend getan habe, Gartenarbeit oder irgend sowas, war ich manchmal tatsächlich fast schon bewegungsunfähig. Und vom Schulterbereich her, beim Autofahren, wenn ich mich umdrehen wollte, also ich bin gerade so 20 Prozent weit gekommen, weiter nicht. Und das war für mich einfach nicht akzeptabel. Und dann bin ich hier in diese Praxis von Christian Müller gegangen. Und dann hat er mich mit diesem Luxamed behandelt. Und es war wirklich phänomenal, was da für ein Ergebnis rauskam. Er hat dann auch alles mal abgetastet mit diesem Gerät, um rauszukriegen, ist irgendwo noch eine Entzündung drin, ist irgendwo eine Verspannung, wo stimmt es nicht. Also er hat dann festgestellt, die Galle, da ist er dann da mit diesem Gerät hin, dann Dickdarm- und Dünndarmwahn verklebt. Da ist er dann überall hin und dann natürlich auch die Stellen direkt, also Lendenwirbelbereich und Schulter- und Nackenbereich. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, weil bei mir immer die rechte Seite die Problemseite ist, wie auf einmal sich, wie so ein Pfropfen sich gelöst hat und eine enorme Durchblutung stattgefunden hat. Und in das rechte Bein, das ist richtig reingeschossen, ja so wie wenn man einen Pfropfen löst und es wieder abfließen kann. Und wir haben dann nach der Behandlung auch mal probiert, wie weit ich den Kopf drehen kann. Also es war wirklich ein ganz erstaunliches Ergebnis. Ich konnte wieder richtig mich komplett umdrehen. Ja, ich konnte mich wieder leicht bücken. Ich habe die Nächte danach hervorragend geschlafen, weil ich konnte mich vorher wirklich manchmal danach nicht mehr rumdrehen, weil es hier so wehgetan hat. Ich habe fantastisch geschlafen. Ich konnte mich hin und her wälzen, wie ich wollte. Es hat nichts mehr wehgetan. Also ich bin absolut überzeugt davon. Und es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass ich hier war. Ich habe seit 20 Jahren Fibromyalgie. Ich habe sehr starke Schmerzen im Halswirbelbereich gehabt, in den Schultern und in der Lendenwirbelsäule. Durch die Halswirbelsäule natürlich sehr starke Kopfschmerzen auch. Und habe eine Odyssee hinter mir von Ärzten, Krankenhäusern, habe viel Kortisonspritzen gekriegt, was natürlich nur bedingt angehalten hat, eine Schmerzlinderung. Ich bin zur Krankengymnastik gegangen, ich bin schwimmen gegangen, ich bin zum Akkupunktieren gegangen. Ich habe mich schröpfen lassen, ich habe alles mit mir machen lassen. Und es hat leider Gottes immer nur bedingt gehalten, eine Schmerzlinderung. Ich hatte damals durch die starben Schmerzen, hatte ich sehr starke Depressionen. Also, ja, die Person, glaube ich, braucht man nicht weiter erklären. Jeder weiß, was das heißt. Also man fällt in ein Loch rein und man kommt sehr schwer wieder raus. Und ich muss sagen, der Herr Christian Müller hat mir da sehr, sehr geholfen. A, mit Gesprächen und B, vor allen Dingen mit der Therapie. Der Herr Christian Müller hat mich untersucht und hat mir eine Therapie vorgeschlagen. Und wir haben gleich mit der ersten Behandlung begonnen. Wo ich sagen muss, nach der ersten Behandlung konnte ich meinen Kopf wieder frei bewegen. Nach der zweiten Behandlung, ich war natürlich überglücklich, ist ganz klar, Nach der zweiten Behandlung waren die Kopfschmerzen wesentlich leichter. Und ab der dritten Behandlung, muss ich sagen, war ich schmerzfrei. Und das hielt an bis heute, worüber ich sehr, sehr froh bin. Weil durch die Schmerzen hat man natürlich auch wenig Lebensqualität. Und durch die Behandlung bekam ich wieder Lebensqualität. Nach der ersten Sitzung war ich baff. Ich habe mir gedacht, das gibt es gar nicht. Also wenn man so viel ausprobiert hat und auf einmal ist es eine Behandlung und man merkt einen Erfolg. Ich bin raus und ich war einfach happy. Und nach der zweiten Sitzung, wo ich keine schweren Kopfschmerzen mehr hatte, dann anschließend, hat man gedacht, das beginnt ein neues Leben für mich. So habe ich das empfunden. Und dann kam halt nach jeder Mehrbehandlung, kam halt einfach wieder mehr Lebensfreude auch auf. Man konnte wieder an Gesellschaften teilnehmen, man konnte wieder Sport treiben. Ja, man fühlte sich einfach wohl. Und das geht mir halt noch gut. Mir geht es gut. Mir geht es wirklich gut. Ich kann meine Schulter wieder bewegen. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr, was von der Halswirbelsäule gekommen ist und auch keine Lendenwirbelsäule mehr. Und ich muss sagen, ich bin Herrn Christian Müller sehr, sehr dankbar. Wir brauchen erstmalig timefe driven auf der Halswirbelsäule. Sprache, bei mir in der shit Zeit. Es ist nur so Solo für den da z7-Halswirbel. Da Male harm. Ambeem. Wo presumter. Du. Da. 이�erschön.